Ich habe einen Vogel getötet. Immer mehr Vogelfleisch. Schöne Chicken Wings. Achja, der Baum ist schon immer hier. Sieht nicht so aus, als würde es irgendetwas bringen. Ah, verdammt. Was denn? Vogelfleisch. Oh, ich habe noch einen Arm und ich habe noch normales Fleisch. Nein, ich habe gerade gegessen. Wollen wir Schickkrücken jagen gehen? Ich habe gerade Vögel. Der Vogelfänger. Okay, warum kann ich das nicht Zwell werfen? Ich kann mich nur selbst in Zwell werfen. Ah, okay. Knochenrüstung ausgerüstet. Sehr schön. Das bringt aber wirklich nicht viel. Mordi? Ja? Dann bist du noch da, hast du nur geschwiegen. Ganz gerade so. Ja, ich gehe jetzt gleich noch mal ins Dorf und gucke noch mal, ob ich diesen scheiß Höhlen-Eingang finde. Apropos hast du gerade noch Medizin? Äh, eine habe ich. Äh, gib mal her, ich bin gerade wirklich Sau-Lauch. Ich bin neben dir. Warte, ich kann dir die ins Regal stellen, glaube ich. Ne, das ist Getränk. Oh, scheiße. Ich habe es gehört. Ja gut, ist nichts mehr mit. Kannst du was trinken? Kannst du was zu trinken haben? Ich gehe jetzt ins Dorf, wenn ich sterbe, dann habe ich mehr Leben als jetzt. Schokoriegel kann ich auch mal ins Regal legen. Falls du Getränke brauchst, die sind doch egal. Okay, da sind auf jeden Fall Leute. Und die Koffer sind nicht respawned wieder. Doch, so halbwegs. Wir sollten mal, obwohl wir jetzt ein ganz Regal voller Getränke haben, sollten wir auf jeden Fall mal, wir sollten trotzdem mal Schildkrötenpanzer jagen. Ja cool, ich jag jetzt gerade Menschen. Ich glaube, ich habe den Climbing Entrance gefunden. Ich bin aber leider extrem low. Das wird, glaube ich, ganz am Nacht. Ich würde jetzt einmal kurz taktisch sterben, würde ich sagen. Tatsächlich. Ich sterbe hier nie wieder. Ich würde jetzt einen taktisch Tod machen, weil wir haben gerade keine Medizin. Mach das. Auch keine Halbpflanzen oder sowas. Nein! Warum esse ich die Scheiße dann? Ich bin ein Satz. Tja. Oder schaffe ich das vielleicht sogar? Es wird nachts. Du sollst mal herkommen. Zum Schlafen. Ich bin auch mitten am Kämpfen. Ich schlag mich erschreckend gut. Mhm. Okay, ich bin tot. Alles klar. Ich habe hier eine Bone. Auch da ist soweit noch Plan. Ich habe eine Bone Basket. Also eine Giste für Knochen. Ich glaube, die stelle ich jetzt jemanden in die Hütte rein. Das ist doch nett. Ah, hier ist Essen. Ey. Äh. Es ist hier wirklich zappenduster. Also komm mal zum Schlafen. Äh. Ja. Ne. Ich würde ganz gerne erstmal kurz mein Zeug wiederholen, weil ich habe wieder nichts. Hol der Zeug wieder und komm her zum Schlafen. Ich kann eben nichts machen. Selbst die Fackel da draußen ist. Ist aus. Ich habe eine Fackel angemacht. Dann sieht man hier draußen ein bisschen was. Ich glaube, wir sollten mehr Fackeln aufstellen. Oha. Ich habe gerade einen Armor Rack aufgestellt. Also einen Rüstungsstand. Der wird uns sowas von erschrecken. Geh es mal. Wird er hinkommen. Ich habe in meinem Leben zu viele Horrorspiele gespielt, um noch erschrecken zu können. weg zu werden. Mich würde jedes Mal erschrecken. Ah, da bist du wieder. Können wir jetzt schlafen gehen? Ja. Moin. Ich muss mal kurz durch. Was ist dein Zeug wieder? Nein. Das liegt hinten beim Dorf. Kannst das wiederholen, wenn wir fertig geworden sind, wenn wir geschlafen haben? Ich will es nicht riskieren. Nein. So. Ich habe meinen Scheiß wieder. Dann komm her. Ich bin schon auf dem Weg. Oh, da ist jemand. Oh nein. Nein. Ich glaube, ich sterbe gleich wieder. Versuch es nicht zu tun. Hat ja schon jemand die Wacke ausgemacht. Bist du schon wieder gestorben oder? Nö. Aber der greift gerade die Tür an. Aha. Ey. Jetzt bin ich tot. Kannst du kurz rauskommen und mich vor der Tür heilen? Das ist nämlich eine schlechte Idee. Du hast noch Leben. So, hier. Ich komm nicht rein. Mein Gott. Komm rein und schlaf. Auf. Okay. das Vogelfleisch bringt hier wirklich gar nichts. Hast ein paar Leichen da draußen, die du da reinbringen kannst? Nö. Wir haben halt hier wirklich super nah am Dorf gebaut, wo super oft Einwohner kommen. Das macht doch spaßig. Eigentlich nicht. Ich würde ganz gerne deshalb wirklich an diesen einen großen See gehen. Weil da hinten sind jetzt grad schon wieder Leute. Da müssen wir dort wieder ein Haus aufbauen und wieder... Ja natürlich, das ist doch eh nur provisorisch gewesen, das haben wir von Anfang an gesagt. Beziehungsweise ich. Ich mein, wir können es auch so machen, du bleibst da und ich suche mir eine neue Location. Sollen wir auch rechts sein, aber... Können wir beides machen. Wir können auch an zwei Orten leben. Oh, Wechselkleidung, hey. Warte, ich mach hier grad den Knochenständer fertig. Können wir von mir aus gleich aufbrechen. Ich hätte hier auch das Seil. Und wir suchen im nächsten Stream nach einer anderen Stelle. Ja gut, dann würde ich aber ganz gern wirklich noch diese Höhle finden mit der Karte heute. Weil sonst wird alles extrem nervig. Wie willst du das finden? Ich hab das Wiki offen, es ist im Hauptdorf irgendein Eingang. Ja, das Hauptdorf suchen wir jetzt schon wieder. Das hier ist das Hauptdorf, ich hab nur den Eingang nicht gefunden. Na dann. Weil wir spielen schon fast drei Stunden, also. Das ist überhaupt, das ist noch gar nichts. Drei Stunden. Ah, Eingang gefunden! Na dann. Sehr schön. Ich brenne. Das wäre auch ein Vorteil von einem, von einem, von einem, von einem, von etwas was am See liegt, wenn wir da, können wir zweitgröschen gehen. Ich würde halt sogar sagen, wir können auf Hausboot gehen, dann sind wir eigentlich richtig sicher. Aber ich würde diese Basis ungern aufgeben, vielleicht können wir das irgendwie als Zweigesteller. Können wir, ich meine, wir müssen es nicht abbauen. Wir können, wir können auch eine Großstadt aus dem Wald bauen, das geht auch. Vielleicht finden wir hier irgendwas, was in der Nähe, also was hier. Das Ufer ist ja ganz in der Nähe, das müssen wir hier nur den Abhang runtergehen. Ja, ich würde aber, ich würde aber ungern auf dem Meer bauen, weil da gibt es Heye. Wird aber hier irgendwo schon in der Nähe, dass wir uns vielleicht ein, dass wir uns das vielleicht... Ja, wie gesagt, ich hätte, ich hätte halt gerne die, äh, Karte, dann kann einer von uns kartografieren gehen, was wahrscheinlich dann ich bin. Molly, kriegen wir das vielleicht irgendwie hin, dass wir hier, das war in dem Umfeld irgendwie, dass wir uns hier aufbauen, in dem, das war das zweite Dorf. Äh, nein, nein, kriegen wir nicht, weil wir am Hauptdorf sind und da kommen scheiß oft irgendwelche Angriffe. Und wir sind auch nicht bei dem Status, wo die Mutanten kommen. Ich möchte nicht von so einem 30 Meter Würstchenkette angegriffen werden, jeden Tag. Ja, von denen habe ich gehört. Ja, wir sind super cool. Vielleicht kriegen wir es trotzdem hin, das was hier, das war nicht, das war nicht wieder ein halben... Ja, kommst du nicht mal rüber? Soll ich eine halbe Stunde rennen müssen, um bis zum nächsten Dorf zu kommen, verstehst du? Worauf ich noch was will. Wir werden uns bewegen müssen, das geht nicht anders. Das ist ein Open-World-Spiel, vergiss das nicht. Ja, aber vielleicht kriegen wir irgendwo gebündelt irgendwo unsere Zentrale hin. Ja, schon klar. Ich würde sagen, auf dem See dürfte es auch nicht so weit weg sein. Hast du noch irgendeine Medizin irgendwo? Ich habe gerade den Knochenstand fertig gekriegt. Cool. Also ich habe auf jeden Fall den Eingang gefunden. Wir können jetzt jederzeit runtergehen. Nein, nein, let's go. Ich würde aber gerne ein bisschen regenerieren. Auch zum Eingang. Ah, ich brauche was zu essen. Wenn du irgendwo was zu essen hast? Nein, wir haben momentan nichts. Ich habe auch keine Rüstung. Ich habe 5% Leben gerade. Also ich würde schon ganz gerne auch irgendwie Medizin haben oder sowas. Medizin habe ich leider gar nicht. Kann ich dir nicht hier weiterhelfen. Es gab doch irgendwie... Ich habe zu trinken, habe ich hier. Ich trinke mir das immer. Ich kriege ja was dran. Ja, Medizin hätte ich auch gerne. Das brauche ich gerade nicht, aber... Wir haben hier nur diese scheiß Chicory Pflanzen. Das Hunger ist leider auch irgendwie gerade. Dann lass uns mal zum Eingang gehen. Ja, cool. Du weißt, wenn wir irgendetwas verlieren, dann haben wir gar nicht. Dann können wir nicht mal einen Baum fällen oder so. Gehe und das verlieren. Wenn einer von uns stirbt, dann ist das Zeug unten in der Höhle. Dann sollte man vorsichtig sein, wenn wir in die Höhle gehen. Ich habe 2% Leben. Ja, dann regeneriere ich. Ich wiederhole. Es gibt keine Regeneration. Dann gehen wir nicht zum Eingang. Wir können weder zu essen noch zu trinken noch sonst irgendwas haben. Das Trinken haben wir. Das Trinken haben wir eine Hütze. Dann geh dir was holen. Ich habe keine fucking Medizin. Dann besucht dir was. Dann besucht dir was. Ich habe die Broker. Dann geht's dir, wie es das machen soll. Ich meine, ich nehme die Be beaucoup. Ich nehme die Be grüße, die Bekämpfer. Dann blöde da nicht. Wo ich meine, ich nehme die Bekämpfer, habe ich nicht auf das Unasperator machen. Ich habe auch keine die Bekämpfer, die Bekämpfer, die Bekämpfer. ich brauche ich baue hier eine Rüstungsgestünde zu Ende vielleicht sogar eine Rüstung haben sollten ich hatte schon einen, aber dann habe ich mich entschieden mal zu gucken ob ich mein Zeug behalte Spoiler, nein ich habe noch eine, ich habe gerade eine an sonst geht es nicht um mich an äh ja das ist glaube ich die zweitstärkste Rüstung im Spiel also die mittlere glaube ich nicht weil hier hat nur ein Ball ja du musst auch viele Rüstungsteile anziehen du hast jetzt gerade nur an deiner einen Hand Rüstung aha vielleicht könnten wir irgendwie Brücken hinbauen das war irgendwie, hier gibt es irgendwie Brücken oder Abkürzungen, dass man jetzt irgendwie sagen kann, dass wir hier dass wir von dem einen Ort zum anderen irgendwie eine Abkürzung hinkriegen wie wäre das ein Plan das war irgendwie wir können keine Abkürzung oder sowas bauen das geht nicht ich würde wirklich sehr ungern das hier aufgeben es ist eine vorgefertigte Hütte das ist nicht wirklich viel was man aufzugeben hat wenn du jetzt schon 100 Stunden an der Basis hier gebaut hättest, dann würde ich es verstehen aber das ist ein Stream und das ist ein vorgefertigtes Haus ist trotzdem das erste Haus ja in meinem Kopf behältst du ja auch deine fünf gesetzten Dreckblöcke immer ne ich baue das oben auf dann ich baue das auf das Drecksaus drauf ja 30 Bossmonster nebendran ist egal ist das erste Haus das ist jetzt hier so jetzt habe ich endlich genug Essen, damit ich mich halbwegs regenerieren kann ich nicht ich wollte auch noch etwas essen, ja wir sind halt hier auf einer Vogellichtung, das heißt prinzipiell spawnt hier genug ja das Vogelflecht, das bringt halt irgendwie nix nein, tut's auch nicht das regeneriert doch auch oh mein Gott dieser Fallschaden, Alter ich bin tot das ist sehr schön meine Fresse oh ist das nervig Flugzeug ist nichts für Spawn, schön zumindest so ein bisschen hier Getränke ist das gerade dein Ernst? ich habe gerade die Fackel abgebohlt passiert ich fühle die bringen halt wirklich nix ich habe Medizin gefunden yay bring mit und Alkohol ja ich bring auch mit ab und zu sterben lohnt sich anscheinend ich habe Panzertape gefunden du kannst ins Regal stellen äh nein ich brauche die relativ rink wobei ich bin warum habe ich halbes Leben alles was du nicht brauchst hier kommt dass ich gerade ein halbes Leben habe ich habe ein bisschen Fugel auf den Grün gelegt lol warum regeneriere ich gerade so übel krass tja habe ich Medizin genommen? oh ich glaube ich habe Medizin genommen aus Versehen oder? das wird es wohl sein ja gut ich bin auf jeden Fall jetzt voll jetzt hole ich mir kurz mein Zeug wieder vom Strand ich breniere schon wieder ich bin Mann dann können wir mal sagen let's go oh andererseits muss ich erstmal zum Stand zum Strand runter kommen ohne zu sterben äh wir haben hier Besuch kümmere dich darum ich habe keine Waffen ich habe nicht mal die Flugzeugaxt ich regeneriere ja wieder wenn ich dann also mein Mann wenn wir in die Höhle gehen und ich jetzt sterben sollte dann ist ja mein da ist dein Lebensbalken bei 10% dann sollte ich meinen Rucksack sollte ja in der Höhle bleiben der Rucksack bleibt in der Höhle ich weiß nicht für wie lange dann können wir ja wieder hin und das abbrüllen ja dann kommen wir erst noch bis zur Höhle die GIG da drin dürften respawn ja mein Inventar würde ich schon nur gerne verlieren deshalb müssen wir uns da wirklich gut vorbereiten ich habe ich bin jetzt glaube ich ganz gut vorbereitet grüßt du gerne ich nicht ich nicht ich habe wieder halbes Leben aber wenn du ein bisschen Medizin hast ich habe keine äh dann würde ich sagen machen wir gerade noch 2-3 Tage bis alles im Dorf respawned looten da einmal komplett durch also ich hab ich hab hier gerade Monster hier an der Tür das ist halt ja alles ich hab ich hab die dicke Axt wieder ich würde nicht zur Höhle runter gehen wenn ich halb geschwächt bin die ist jetzt auch nicht so krass ich meine es ist die erste aber trotzdem ich würde wenn möglich in der Höhle nicht sterben ja ich hole gerade Knochen alles gut also wenn es Hunger und Durst ist jetzt bei mir wobei ich ich bin ganz ehrlich ich bin nicht sicher ob es in der Höhle Gegner gibt ich habe hier eine äh Special Keule für dich einmal wenn es Hunger und Durst ist bei mir ist bei mir weg ich bräuchte nur gesund bräuchte nur medizin ansonsten ja die kann ich nicht anbieten aber wie gesagt ich hätte 2 Special Keulen für dich und einmal Knochen die ich jetzt gerade mache na dann passt ein Tablet äh nein aber ich mache jetzt gerade Knochen die loopen wir dann zusammen doch klar Tablet habe ich und der nächste Molotow Cocktail nice ich habe noch keinen äh du hast doch Alkohol oder? ne den habe ich ausgesoffen hast du mittlerweile gar nichts mehr geutet oder was? nö ha ich habe 59 Stoff also Klamotten ziemlich viel von diesem Teer von dem von dem Baumdingens wie ist das? Tree Sap wie heißt das hier? ich brenne fuck kann ich vielleicht Medizin machen irgendwie oder? kann man Medizin herstellen zufälligerweise? äh ja mit Heilpflanzen die es aber in der Region wo wir gerade sind nicht gibt hm ich habe 3 Zähne warum habe ich 3 Zähne? äh die hast du zwischendrin gefunden ich habe 2 Rüstung ich verstecke mal meinen Schädeln Klopper äh ach das dann wenn du das aus Main-Dorf willst dann ist das ja dann mach das würde ich mal machen ich sehe mich halt bei der Steinachse so richtig schön Höhlenmensch Style wie verstärk ich den jetzt nochmal? äh Sepp und Zähne ich glaube du willst ja nur auf Damage gehen und nicht auf äh Geschwindigkeit ah da passiert nix äh du musst die Axt, Sepp und Zähne in die Mitte ziehen ah ne ich will das wäre das den Schädelding ach so ja dann die das Schädelding und die zwei anderen Sachen da passiert nix äh kann man die vielleicht nicht ach so da bräuchte Ter hierfür ach so ja Ter brauchst du nenn du es einfach mal Ter verstecke ich da jetzt die da passiert da passiert aber nix wenn ich da jetzt die Szene hinzufüge doch der Damage geht hoch sieht nicht so aus es ist auch nur minimal aber wenn du das hundertmal gemacht hast oder so dann ist das schon ordentlich ich habe jetzt drei Zehn hinzugefügt ja dann ist das jetzt drei Dinger stärker mhm ok ja ein bisschen mehr ist schon sichtbar aber Speed hat sich irgendwie nicht erhöht Moment Moment ich brate mal eben ein bisschen Fleisch mach das ey wo ist das Fleisch von den Menschen hin wenn wir gerade gegrillt haben wir haben die nur für Knochen gegrillt das ist schlecht Beine geben zwar viel Dings aber machen auch psychisch psychischen Schaden und dann greifen mehr an von denen hier sind übrigens Knochen falls du Knochen brauchst ja ja Knochen sind gut ich hab den Knochenlager da sind ein paar Knochen drin Knochen sind gut da kann ich mir wieder den upgraded Speer machen der ist für Jagd ganz gut da kann ich selbst Knochen führen ich meine du kannst ja auch per Risto machen na dafür sind es nicht genügend äh dann leg mal wieder rein ich brauche grad nur einen warte ich guck mal ob ich das ob ich da auf das auf den schwer verstärken kann ich hast du brauchst drei Knochen ja irgendwie nicht ach da brauche ich noch da brauche ich Alkohol für oder äh nein du brauchst äh Stoff und irgendwie hier ne das geht nicht Knochen Stoff und nein das fehlt noch ich muss mal gucken Sperr Stoff und ne Knochen brauche ich gar nicht Sperr Stoff und Alkohol benutzt wenn ich das richtig sehe äh nein das ist dann die Fackel Sperr Stoff und Alkohol benutzt Inzendiary abgenutzt steht dort achso brennbar ja Ben brauchst du aber nicht ich würde erstmal ihn generell stärkeren machen den habe ich schon hm achso ok cool dann gib mir mal ganz kurz Knochen weil dann kann ich mir auch einen machen warte kann ich mir die Axt verstärken vielleicht nicht kannst du aber nicht mit Knochen Burning Weapon gleich mit Stoff oha ich guck mal ob die Koffer wieder gesponnt sind mittlerweile ok ich habe eine brennende Axt wir haben viel Stoff hier brennenden Schädel warte ich habe die Knochen für dich vier Knochen oder so das ist cool ich bin grad wieder im Dorf eben einmal alles checken so Federn habe ich die hier ah ok hier sind Federn die Federn habe ich hier ok jetzt habe ich glaube ich die ja mit der Federn habe ich jetzt den Speed fahrer wobei sonst ja bei dem Speer würde ich auch voll auf Speed gehen ich bin mit Speer bei dem bei meinem toten Schädel achso ok ja Schädel ist auch gut auf Speed und der ist brennbar ja äh was habe ich gerade gefunden äh 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 ich bin grad am gucken wir müssen noch ein oder zwei Tage ich geh mit ich geh mit ich geh mit mit halbauer Energie nicht runter ich weiß wie gesagt ich würd gern nochmal soweit alles durch machen äh bis alles respawn ist dann können wir nochmal Koffer looten gehen und drauf hoffen dass Medizin dabei ist ok das wär jetzt so mein Plan ich geh noch was craften bin grad in die komplett falsche Richtung gerannt oh da ist das Flugzeug ich kann mal ganz kurz gucken ob da wieder was ist mit Fireplay ist das auch nicht schlecht also ich bin auf jeden Fall grad random zum Flugzeug gelaufen haben wir neues Zeug hier oh scheiße ist wieder stockdunkel alles gut ja ein bisschen Stoff haben wir neues wir sollten direkt schlafen gehen ja ja ich komm ich bin grad in die falsche Richtung gerannt die ganze Zeit ja ich hör schon wieder geräusche ja ich auch bring ein bisschen was zu essen mit das brauchen wir morgen nachdem wir geschlafen haben ich hab grad kein Essen das einzige was wir zu essen haben ist momentan geflügel das Problem ist nach dem Schlafen sind wir alle wieder hungrig das heißt ja gut wir haben Bären überall wollen wir dann vielleicht ein bisschen auf Menschenjagd gehen erstmal das wär nicht schlecht äh ich kann auch nicht schlafen ich würde auch bald den Steam wenden weil alles klar das ist deine Entscheidung ist nur noch nicht so lange drin ich hab uns dann schön Schädling gepackt ja so Weapon Display auch nicht schlecht ich kann jetzt schlafen du auch ich bestimmt auch gleich dann mach doch mal mhm mhm alles gleich check das Dorf ok Kopf haben wir grad nicht check du mal das Dorf ich komm gleich hinterher damit ich auch ein bisschen heimkrieger falls irgendwas respawn ist äh sieht nicht so aus ist schlecht wollen wir dann einfach so in die Höhle gehen speichert vorher ab und dann schlafen wir halt den alten Spielstand wenn was schief geht ich bin hungrig durstig und halb äh halbe Energie das wird nie was wenn da irgendwelche Gegner sind dann sind wir am Arsch weißt du was scheiße ich geh jetzt einfach runter na wenn sein muss ich speichere ab ich komme mit ich mach mal ein Charakter wird wahrscheinlich sowieso nicht gespeichert von daher aber wenn ich wenn ich sterbe dann ist halt man mein Rucksack da unten muss man schnell gucken dass ich das da hinkomme ja du bist du bist der wichtigste wichtige ich kann jederzeit sterben dann warte ich komm jetzt ich komm jetzt in die Höhle wo bist du ich suche noch den Eingang moment jetzt fühl mich zur Höhle hier sind ein paar Beeren wir sind vergiftet warte ich komm zu dir dann können wir in die Höhle gehen da hinten ist ein Typ mach ich erstmal kurz fertig dann können wir vielleicht mit der Höhle los Typ können wir vielleicht mit der Höhle dann irgendwie sonst die beenden hier sind zwei fehler, fehler, fehler gemacht ich bin doch blöder bist du grad ernsthaft in die falsche Richtung gelaufen und probieren essen na toll wir kriegen wieder Besuch wir rufen die ganze Zeit ich hab mir grad noch was zu tragen trinken ach du scheiße ok ich glaube es ist alles respawned was ist respawned? Koffer und alle Loot und alle Leute dann komm lass uns Heilung holen großer Gott ja würd ich wir haben hier alle gerade am Dorf und die